Was ist das Supergefühl? Ich hatte ein super Gefühl. Das ist über ein Jahr jetzt her, seit dem letzten Punktespiel. Ich glaube, das letzte war das Finale gegen Duisburg, damals in der Oberliga noch. Ich freue mich natürlich jetzt, dass es endlich wieder losgeht. Ich habe mich auch jetzt in der Vorbereitung super gefühlt und freue mich sehr auf morgen. Das ist halt eine reine Kopfsache. Ich habe mir vorgenommen, eigentlich von Anfang an da richtig alles mitzumachen, im Training und im Spiel und auch in die Zweikämpfe zu gehen, ohne nachzudenken. Und das hat ganz gut geklappt. Ich bin da reingegangen, ohne jetzt irgendwie groß nachzudenken. Und das hat gut funktioniert. Und da zählen.